Moin, mein Name ist Jannes Ahnen, ich komme aus Wiesmoor. Wir bewirtschaften hier einen Milchviehbetrieb mit 165 Milchkühen und der kompletten weiblichen Nachzucht. Ich bewirtschafte zusammen mit meinen Eltern und meinem Bruder den Betrieb. Des Weiteren haben wir noch eine 450 Euro Kraft eingestellt, die uns tagkräftig unterstützt. Wir bewirtschaften unseren Betrieb in der vierten Generation, sprich, mein Bruder und ich sind die vierte Generation. Der Betrieb wurde aufgebaut, stetig erweitert, sodass wir jetzt eine Fläche von 128 Hektar bewirtschaften und eigentlich im Moment sehr gut zurechtkommen. Ich habe die Landwirtschaft gelernt, weil ich von Kind auf an eigentlich nur draußen bin. Wir sind morgens nach dem Frühstück mit rausgegangen, wir haben unseren Tag draußen verbracht, haben erst für uns selber im Kleinen die Landwirtschaft durchgespielt. Dann kommen wir bei meinen Eltern, Vater dann auch auf den Schlepper mitfahren, durften selber unsere Sachen machen, sind damit groß geworden. Wir haben es einfach geliebt, draußen in der Natur zu arbeiten. Mit Mensch und Tier zusammen sind wir groß geworden. Und das ist auch das, was ich an meinem Beruf Landwirt so sehr zu schätzen weiß und auch liebe. Wir haben eigentlich viele Möglichkeiten, unseren Tag selber zu gestalten. Wir sind natürlich an unsere Merkzeiten gebunden, die morgens und abends stattfinden müssen, aber wir können uns unseren Tag flexibel einteilen. Wir haben die Abwechslung tagtäglich bei uns vor der eigenen Haustür. Wir erleben jeden Tag neue Dinge, die uns auch jeden Tag wieder aufs Neue fordern. Natürlich ist die Landwirtschaft ein herausfordernder Beruf, aber als Familienbetrieb sehe ich uns dem sehr gut gewappnet, dass wir alle Arbeiten oder alle Hürden auch des Alltags gemeinsam schaffen. Für die Zukunft machten wir am meisten Sorgen, dass wir eigentlich nicht wissen, wie unsere nächsten Generationen den Hof weiterführen können. Wir geben Tag für Tag unser Bestes, das auch am Wochenende, um die Tiere zu versorgen. Letztendlich haben wir nur etwas von den Tieren, wenn wir auch mit den Tieren gut umgehen, sie wertschätzen und gut pflegen. Derzeit habe ich im Moment keinen Plan B dafür, wie es beruflich weitergehen sollte, wenn der Betrieb nicht weitergeführt werden kann. Mir war aber von vornherein wichtig, dass die schulische Qualifikation vorhanden ist. Ich habe mein Abi gemacht, bin dann ein Jahr zur Fachschule gegangen und habe dann auch den Meister-Teil gemacht, sodass die nötige Qualifikation da ist, um auch im landwirtschaftlichen Bereich dann vielleicht eine andere Tätigkeit auszuführen. Ja, ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wir mehr miteinander sprechen, anstatt übereinander. Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb. Zu uns kann jederzeit jeder Verbraucher, jeder Nachbar, Kollege herkommen und sich informieren. Wir haben auf unserem Betrieb nichts zu verbergen. Wir möchten, dass die Landwirtschaft auch in Zukunft Bestand hat und wir von unseren Erzeugnissen leben können.